Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo und ja, ihr werdet es wahrscheinlich schon wieder gemerkt haben, sie ist wahrscheinlich wieder ein bisschen zu spät, weil ich glaube nicht, dass ich es jetzt noch schaffen werde, sie vor 17 Uhr hochzuladen oder geschweige denn fertig geschnitten zu werden, aber egal, wir sind hier wieder in Krokotopia Zoo und gehen wir mal hier durch und ja gut, gucken wir mal hier rein. Was habe ich gemacht? Ich habe hier oben ein paar Blumen drauf gesetzt, wurde vorgeschlagen, diese Blumen hier drauf zu setzen und finde ich sie doch ganz gut aus. Ist jetzt so, wenn man so nah dran ist, vielleicht ein bisschen viel, aber ich finde, dafür sieht es deutlich besser aus, wenn man weiter weg ist. Wohl, wartet mal kurz. Hier, dass diese Ecken hier so rüber gehen, das mag ich natürlich gar nicht. Das müssen wir nochmal kurz wegdrehen. Das sieht man hier so im Close-Up fast gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn man hier so raus geht, dann hat man diese Ecken, die wir da rüber geguckt haben, schon recht stark gesehen. Ja, sie sind immer noch recht stark, aber komm, geht. Ja, also wie gesagt, finde ich einfach schön, gerade. Ja, wie gesagt, im Nahreingehen vielleicht ein bisschen viel. Von hier unten sieht man es aber fast gar nicht, deswegen macht es keinen großen Unterschied. Wenn man von hier aus so rüber guckt, ja, okay, komm, passt. Dann haben wir hier hinten, verziert habe ich es immer noch nicht, muss ich noch ran, aber wenn wir jetzt hier reingehen, habe ich ein bisschen was geändert auf Inspiration von Badner. Ja, haben wir hier jetzt eine Wand, haben hier eine kleine Schiebetür, die aufgeht und dann hier so eine kleine, ja, Wurfbox haben wir das genannt gehabt, ein bisschen abgetrennt, dass man die auch hier irgendwas machen kann. Zum Beispiel irgendwelche Mutterkühe hier reinbringen, die dann ihre Kinder zur Welt bringen können und sowas. Ja, deswegen dann auch gleich hier eine kleine Wärmelampere mit reingemacht, habe ich gedacht, passt doch gut. Ja, und diesen Balken hatten wir hier schon, deswegen können wir den ja einfach nutzen. Und ja, auf jeden Fall auch ein paar Kameras reingepackt, weil, ich meine, wenn du hier eine Mutterkuh hast, willst du ja natürlich auch sehen, ob da irgendwas passiert, ohne ins Gehege reinzumüssen, weil, ich meine, stell dir vor, diese Tür ist zu und die Kuh liegt da drin und hier draußen steht die ganze Zeit ein Tierpfleger und muss reingucken, ob da irgendwas passiert. Das kannst du dir ja auch nicht zumuten. Von daher, ja, können sie sich wahrscheinlich dann jetzt einfach hier reinsetzen und die Kameras angucken oder so. Ja, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Was wollen wir jetzt aber heute machen, ist die Frage. Und zwar habe ich ein bisschen überlegt, ja. Wir haben jetzt hier recht viele Tichere schon. Und ja, diese Seite hier, hatte ich ja gesagt, wollte ich noch zumachen. Und jetzt habe ich geguckt, was könnte man dafür nehmen. Und zwar seht ihr jetzt, ich habe den afrikanischen Strauß mir ausgeguckt, weil, ist wieder so eine Sache, die sind interessante Tiere und sie können mit sehr, sehr viel zusammenkommen. Jetzt haben wir ja natürlich Rappenantilopen schon, Säbelantilopen haben wir, die Gnus haben wir, beide Gnus, wobei, ja doch, hier beide Gnus, also die haben wir alle. Den Springbok haben wir, Thompson-Gazellen haben wir, glaube ich, auch irgendwo untergebracht. Ähm, das heißt, wir hätten zur Auswahl Warzelschweine, Weißnacken, Moorantilopen. Da es Moorantilopen sind, glaube ich, würde ich die aber eher in so einen Übergang zwischen die beiden Teile stellen. Also, zum Beispiel, wo ich mir das gut vorstellen könnte, ich hatte ja gesagt, ich will einen Sumpf für Krokodile bauen. Ähm, dass ich das Ding hier als Übergang in diesen Sumpf mache, weil so ein Moor und so könnte ziemlich gut in den Sumpf übergehen. Deswegen, da würde ich sagen, die auf jeden Fall nicht. Ähm, ansonsten, Giraffen, weiß ich nicht, könnte man machen, tatsächlich. Hätte ich, glaube ich, kein Problem. Mittlerweile ist es so groß genug. Ähm, ihr seht es auch schon hier unten. Ich habe ein bisschen mehr Sterne. Das liegt daran, dass ich jetzt mal eine Marketingkampagne angemacht habe. Und zwar, wenn wir mal reingucken. Achso, ich bin hier noch im Verbrechen drin. Ähm, so, wo war Marketingkampagne? Genau, hier, Marketing. Ich habe ja gesagt, es ist eigentlich unnötig. Aber mittlerweile, wir haben genug Geld, dass wir 5000 im Monat ausgeben können, äh, im Jahr ausgeben können, so rum. Ähm, das können wir uns gerade so eben leisten. Und, dementsprechend, dadurch, dass wir hier eine mit hohem Einfluss haben, zahlen wir recht viel. Ja, spaltender Einfluss, wüsste ich nicht, warum ich das nehmen sollte. Also, es ist günstig, ja. Aber, warum sollte ich freiwillig einen Teil meiner Besucher abschrecken? Deswegen nehme ich immer die hohen Einfluss, die mit geringem Einfluss, ja, weiß ich nicht, ob die sich hier überhaupt lohnen. Da gebe ich lieber ein bisschen mehr aus. Und dann habe ich einfach Familienprogramm gemacht, weil, ganz ehrlich, Late-Night-Shows, wen will ich damit erreichen für einen Zoo? Und Comedy-Shows sind ja auch meistens irgendwann am Abend. Deswegen, ich glaube, für einen Zoo ist das Familienprogramm am besten, weil generell im Zoo sind immer viele Familien und so. Deswegen, Familienprogramm ist da so meine Auswahl. Haben wir hier überhaupt eigentlich so eine Statistik, was für Leute bei uns im Zoo sind? Haben wir sowas? Nö, haben wir absolut nicht. Schade, weil bei Planet Coaster gibt es ja so eine Auswahl, so, ja, so und so viel Prozent von deinen Leuten sind Teenager, so und so viel von den Leuten sind Familien und so und so viel sind Erwachsenengruppen oder so. Haben wir anscheinend hier nicht. Schade. Ist ja aber auch egal. Interessiert ja in einem Zoo auch nicht wirklich. Und, ja, was haben wir hier? Irgendein Tier, was in Altersschwäche sterben wird bald. Ja, okay, ist schade, aber gut. So, auf jeden Fall. Bevor wir zu weit abkommen, jetzt wieder, ich sehe schon, ich habe schon wieder, ja, recht lange gelabert. Was machen wir jetzt? Nehmen wir Netzgiraffen mit rein oder nicht? Das ist halt die Frage. Wir könnten vier Männchen und acht Weibchen und insgesamt maximal zwölf. Gucken wir mal. Bei zwölf Giraffen bräuchten wir 5000 Quadratmeter. Bei Straußen, wie sieht es da aus, wenn wir hier, öpp, 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 hier hin, genau. Ein Männchen, sieben Weibchen. Ui, ich kann mehr Giraffen als ein Strauß haben. Okay, das ist auch gut. Gut, ähm, bei 8200, also bräuchten wir so circa 7000 Quadratmeter, damit es denen richtig gut geht. Plus, wir brauchen nochmal so ein Häuschen, wobei wir das dann hier hinten hinbauen könnten, recht gut. Also da haben wir hier hinten richtig viel Platz. Und für Giraffen will ich auch richtig Platz lassen, weil, also ganz ehrlich, tut mir leid, das sind Giraffen, die brauchen ein richtig großes Häuschen da. Und deswegen, also Giraffenhäuschen, da würde ich auch wahrscheinlich gucken, dass wir für Giraffen zumindest pro Giraffe einen so einen Stall haben in dem Häuschen. Von daher, ja, das wird sehr interessant dann. Muss ich mal gucken, ob ich das Gehege in zwei Teile ausplitte, weil ich weiß nicht, wie gesagt, mit der Zeit. Ich bin noch nicht ganz durch mit Mabi. Mathe war katastrophal. Ja, war zu erwarten. Ähm, aber, ja, ähm, jetzt eine Klausur habe ich noch, die kritisch werden könnte. Danach sollte es wieder gut gehen, also heute und Montag, die Folgen, sollten noch beeinträchtigt sein. Danach sollte es wieder weitergehen mit halbwegs normalem Uploadplan. Dann könnte ich mir auch überlegen, mal wieder eine Heidepark-Folge hochzuladen. Ja, ähm, die habe ich ja auch jetzt recht lange pausiert, aber, ja, mal schauen. So, ich glaube, wir hätten jetzt hier hinten nochmal einen Giraffen- und Straußgehegel. So, finde ich, ist doch, glaube ich, eine ganz gute Investition. Weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, ob die Giraffen vielleicht zu früh sind für diesen Zoo, weil ist ja nun recht klein. So ein kleiner Zoo, das der Giraffen direkt hätte, ist, glaube ich, unwahrscheinlich, aber ist ja auch egal. Bevor wir uns da so einen großen Kopf drum machen, fangen wir einfach mal an und bauen hier. Und ihr kennt das Ganze ja. Ja, ähm, wir machen eine kleine Timelapse und sehen uns dann danach wieder. Bis zum nächsten Mal. 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 und Luft reinzulassen. Ja, also wirklich, ich habe eins zu eins dieses Design hier genommen und Upscale gemacht davon. Ja, nur, dass hier die Dings ein bisschen schräger sind, die Fenster. Oder die Dächer von den Fenstern. Dafür halt in der Mitte einmal dieses hochgesetzte Teil in beide Richtungen. Damit es symmetrisch ist vielleicht noch. Ich war mal überlegen, ob ich das hier hinten umdrehen sollte. Kann ich ja immer noch machen. Aber sagt mir mal, was ihr dazu denkt, ob das Ding hier nach hinten gucken sollte. Oder ob das auch so nach vorne guckt. Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt erstmal nach hier gemacht, weil, ja, keine Ahnung. Ja, ansonsten ist halt aber jetzt die Sache. Es ist schon jetzt 17.20 Uhr ungefähr. Deswegen ich will das Ding schneiden und halbwegs pünktlich hochbringen. So vor 18 Uhr sollte es oben sein dann noch, hoffentlich. Und deswegen würde ich sagen, splitten wir an dieser Stelle hier das Video einfach mal in der Hälfte durch und machen dann die nächste Folge für dieses Gehege hier zu Ende. Weil wie gesagt, das ist ein recht großes Gehege. Ich will jetzt hier nicht gerade einfach alles so stehen lassen. Und da wir ja auch Innenraum vom Rückzugsort bauen müssen und sowas, will ich das einfach nicht so stehen lassen, wie es jetzt hier ist. Und jetzt, was weiß ich, eine halbe Stunde hier ganz schnell durchgehen und nichts tun oder nichts Vernünftiges hier reinbauen. Deswegen, ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns dann Montag wieder mit hoffentlich einem fertigen Gehege hier. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss drangeblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.